Was sagt Bartosz zu seinem Berlin-Tag-Nacht-Hauswurf? Bartosz Andrej Isak, 23, widmet sich neuen Herausforderungen. Gerade erst verrät der ehemalige Berlin-Tag-Nacht-Dasteller, dass sein Exit bei der Reality-Sug nicht freiwillig war. Er musste gehen, damit alte Stars zurückkehren können. Damit verlor der ehemalige Mr. Polen praktisch seinen Job. Im Gespräch mit Promiflash verrät der Sportliebhaber nun, wie es ihm damit geht, dass er BTN verlassen musste. Bartosz wirkt gar nicht so traurig über den Exit bei Berlin-Tag-Nacht. Eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich war natürlich ein bisschen geschockt. Weil es von dem einen Tag auf den anderen kam. Allerdings sehe ich das positiv. Wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich eine andere. Erklärte der Schönling im Gespräch mit Promiflash, er habe in den letzten Wochen schon viele neue Projekte im Kopf gehabt. BTN habe diese aber zeitlich kaum zugelassen. Jetzt freue sich Bartosz darüber, genug Zeit zur Verfügung zu haben, um diese ordentlich umzusetzen. In der Serie verkörperte Bartosz den smarten Fitness-Trainer Vukash, der die Damen der Sendung reihenweise um den Verstand brachte. Zusammen mit TV-Freundin BW, Livia Mischel, 25, ist er nun auf unbestimmte Zeit verreist. Somit wäre ein Comeback immerhin möglich.